EUXXL Film, der Podcast. Mercedes Echerer im Gespräch mit Christina Busch. Herzlich Willkommen. Liebe Christina, wir kennen einander schon, ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber nicht erst seit der Gründung von EUXXL. Ich glaube, wir haben uns schon über die Brüsseler Agenten kennengelernt. Du bist Rechtsanwältin, spezialisiert auch im Bereich Urheberrecht. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir dich heute hier begrüßen dürfen. Du lebst aber in Spanien und hast eine sehr, sehr rege Bindung zu den deutschsprachigen Ländern, klarerweise. Du kommst ja selbst aus Deutschland und bist ein immer wieder gern gesehener Gast bei den diversen EUXXL-Veranstaltungen gewesen, auch in der Zeit, wo wir noch live aktiv und ad persona vor Ort unsere Gespräche geführt haben. Was aber nicht mindert, dass wir die Möglichkeit haben, über diese Podcasts ebenso im Detail einer Sache auf den Grund zu gehen, ein bisschen genauer hinzuschauen, überhaupt etwas zu hören, was wir vielleicht im eigenen Land gar nicht hören. Deswegen noch einmal herzlich willkommen. Liebe Christina, ja, klar. Okay, dann herzlichen Dank euch und es ist immer wunderbar, in Wien zu sein, aber insbesondere dich, liebe Mercedes, zu sehen und das EUXXL-Team, was alle so wunderbare professionelle und engagierte Menschen sind, zusammen mit der VDFS, mit Gernot Schrödel. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Für diese Einschaltung haben wir nichts bezahlt, das war ganz freiwillig. Christina, Spanien war ebenso wie Österreich säumig bei der Implementierung der europäischen Richtlinie zum Urheberrecht. Seit November ist sie aber jetzt in nationales Recht gegossen. Spanien gilt, wenn man dies aus der politischen Landschaft betrachtet, als eher urheberrechtsfreundliches Land. Wie ist jetzt die Realität, wie ist die Umsetzung gelungen? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, bitte? Vorab kann man an sich schon sagen, Spain is different und das werde ich jetzt dann auch gleich erklären, warum das auch im Urheberrecht ist und bei dieser Umsetzung von der Online-Übertragungs- und der Binnenmarktrichtlinien. Und zwar muss man doch kurz ausholen, denn das spanische Urheberrecht war zum Zeitpunkt seiner Entstehung im Jahre 1987 ein wirklich fortschrittliches, dogmatisch durchdachtes und gut ausformuliertes Gesetz und hatte gerade, das ist nicht so bekannt im europäischen Raum, ein besonders starkes Urhebervertragsrecht. Das heißt, es gab schon seit 1987 einen Zweckübertragungsgrundsatz. Es gab den Artikel oder es gibt den Artikel 55, das heißt Beneficius irrenunciables, das heißt Gewinne, die auf die Kammer nicht verzichten, wenn der Verwerter oder der Urheber muss an der Verwertung beteiligt sein, also damals 1987 sehr fortschrittlich. Es gab dann auch schon eine Art Bestsellerparagraph, das war der Artikel 47, das heißt, wenn es nicht proportioniert ist, was man für die Vergütung bekommen hat am Anfang und nach zehn Jahren sieht man, dass der Erlös viel, viel größer ist, kann man eine Revision verlangen. Das war wirklich 1987. Was dann ganz besonders ist am Urheberstrafrecht in Spanien, das ist ein ganz starkes Urheberpersönlichkeitsrecht. Den gibt es ganz, glaube ich, wenig in Europa. Frankreich wahrscheinlich, ja. In Frankreich wahrscheinlich. In Frankreich, aber auch selbst der spanische Schutz ist weiter, ist wirklich grundlegend. Und er ist auch der Strafrechtsschutz, und das ist an sich heute, deshalb bin ich nach Spanien gekommen, ist ein außergewöhnlicher Urheberstrafrechtsschutz. Und ich hatte damals die rechtsvergleichen Arbeit. Was ist das denn, Urheberstrafrechtsschutz? Also es gibt im Strafgesetzbuch 270, wird halt eben mit Strafen, mit Strafmaß, auch mit Gefängnis, eben bestraft, der ohne Einwilligung plagiert, reproduziert, illegal, was sich verbreitet oder öffentlich wiedergibt. Und das, ja, leider ist immer so ein Gesetz nur so gut, wie es in der Praxis ist. Da hakt es zum Beispiel gerade bei den fotografischen Werken, hakt es, weil eben der Strafrechtsschutz ist nur auf Urheber, also auf fotografische Werke limitiert. Es werden die einfachen Lichtbilder eben nicht geschützt. Und das ist halt dann in der Praxis versuchen, immer die Gegenseite zu sagen, von wegen, das ist ja kein fotografisches Werk, das ist nur ein einfaches Laufbild. Und dann ist es zack, raus aus dem Strafrechtsschutz. Und das bedeutet natürlich für Leute, wenn das, was ich um, ich habe mal einen Fall, da gibt es, was ich, es sind 8000 Mal, was ich illegal reproduziert, wenn das dann im Zivilverfahren die Kosten für den Prokurador, das ist in Spanien, das ist ja Mittel, der Vermittelsmann, die sind halt einfach, es geht nach der Strafhöhe, nach der Klagequantität oder wie hoch man klagt, das ist halt einfach wahnsinnig viel Geld. Und deswegen wäre halt natürlich der Strafrechtsschutz ein direkter Schutz, weil im spanischen Strafrecht, da ist ein Opferschutz. Das heißt, man geht nicht nur auf Strafrechtsweg vor, sondern der Strafrichter setzt auch die Entschädigung fest. Das ist was ganz Besonderes am spanischen Strafrechtsschutz- oder Strafgesetzbuch und Strafgesetzverfahren. Aber wie gesagt, das hakt so ein bisschen, gerade bei den Fotografen, dass da halt einfach gesagt wird, das sind nur einfache Laufbilder und damit ist es draußen raus vom Strafrechtsschutz. Wie hat sich das aber jetzt seit 1987 verändert, abgesehen von dem Beispiel, das du gerade erwähnt hast? Für insgesamt, wie sich das verändert hat. Es wurden elf Richtlinien bisher in das Urheberstammgesetz eingearbeitet und jetzt aber die Online-Übertragungsrichtlinie und die Binnenmarktrichtlinie, die wurden jetzt eben in das vierte Buch von einem Real-Dekretor, königliches Gesetz, 24-21 vom 2. November eingearbeitet. Und jetzt, da muss man wirklich ausführen, und es tut mir leid, aber das ist, glaube ich, das muss man verstehen, das Real-Dekretor ist an sich nach der Verfassung in Spanien nur dafür vorgesehen für im Ausnahmefall und wenn wirklich eine Eilsituation besteht. Es ist ein Verfahren, das überhaupt nicht keinen demokratischen oder Gesetzgebungsverlauf verfolgt, denn es macht der Consejo de Ministros, setzt einfach ein Anteprojektor, also ein Gesetzvorhaben, fest, verabschiedet, also setzt es fest. Dann sind nur noch 30 Tage Zeit, da kann man dann irgendwie irgendwas vorbringen oder nicht, die Verbände, die Interessensverbände. Und dann müssen die, der Congreso de Diputados, muss dann einfach abstimmen, kann es aber nur en bloc annehmen oder en bloc abnehmen. Also das heißt, damit ich das richtig verstehe, bei uns hatte das einen relativ langen Prozess, der war am Anfang auch ein bisschen schleppend seitens der Politik damit umgegangen wurde. Die Verbände waren unglaublich aktiv, haben sich eingebracht, die verschiedenen Aspekte wurden betont und dann schnell, schnell auch bei uns, weil man die Zeit dann übersehen hat und wir hatten ja, wie du weißt, in Österreich auch andere politische Herausforderungen zu bewältigen. Ich rede jetzt nicht von der üblichen großen Dingen, sondern die rein österreichischen. Es ist also verständlich, aber trotzdem, wir hatten diesen parlamentarischen Prozess. Wir konnten die eine oder die andere Fraktion im Parlament, ich meine jetzt wir, die Schaffenden, die Produzentenlandschaft und die Leistungsschutzberechtigten, wir konnten überzeugen, dass das oder jenes wichtig ist oder hier ein Fall ist. Nicht alles ist erfolgreich gelungen, aber einiges doch. Und bei euch gab es für diesen Prozess 30 Tage? Und eben 30 Tage und da konnte man auch nichts mehr verändern. Es geht 30 Tage, wenn dann halt einfach nur noch en bloc angenommen werden kann oder en bloc abgelehnt werden kann. Das heißt, es gab gar nichts. Keine Änderungsanträge, gar nichts. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und das macht man nur in speziellen Fällen? Sollte es, aber der spanische Gesetzgeber, der hat sich jetzt daran gewöhnt und ein sehr hoher Prozentsatz wird momentan über Real-Dekreto gemacht. Das muss man wirklich sagen. Die Spanier nennen das Dampfdruckgesetzgebung, weil das halt einfach plopp, plopp ist. Es geht einfach, es kommen wie neue Gesetze kommen, die wachsen wie Pilze so im Wald. Auch schon wieder ein neues Gesetz. Da ist man nicht vorbereitet. Und dann hier ist nochmal das Besondere. Das nennen die Spanier Ley Omnibus. Das kommt wie vom Autobus. Das heißt, in diesem Real-Dekreto von dem November vom letzten Jahr, da gab es eine Mischung von allem. Also da gibt es im ersten Buch, der garantierte Bonus wird verhandelt. Dann gibt es das zweite Buch, das ist die Verbreitung und Weiterbenutzung von öffentlichen Daten. Der dritte ist die Promotion von energiefreundlichen Fahrzeugen auf einer sauberen Landstraße. Und so geht es weiter. Und im vierten Buch ist dann eben jetzt das Urheberrecht, wurde da auch noch reingepresst. Und da ist es eben wichtig, also als Rechtsanwalt, da ist man halt ja schon versiert, aber man muss jetzt die Artikel 66 bis 79, die bleiben weiterhin in diesem Real-Dekreto, in dem vierten Buch. Und dann gibt es nochmal den Titel 6. Da geht es dann um die Modifikation des Urheberstammrechts. Das heißt, heutzutage muss der Rechtsanwalt, muss sich also dieses Real-Dekreto, dieses Tutti-Futti, Le Omnibus, sich anschauen und gleichzeitig dann das Urheberrecht. Also es ist halt vollkommen unübersichtlich. Es gibt auch dadurch, dass ja nicht diskutiert wird, weiß man auch nicht, was ist an sich die gesetzgeberische Absicht. Es ist also eine vollkommen konfuse Situation. Die Spanier sagen, na, das war ja notwendig, weil die Frist lief ja schon ab und diese Richtlinien oder die, wie heißt das, was gesagt wurde als Empfehlung für die Artikel 17, da kam ja auch erst, glaube ich, Der Erwägungsrunde und dann der Erwägungsrunde. Der kam ja viel zu spät und jetzt müssen wir das. Und deswegen ist das berechtigt. Ist es nicht. Natürlich nicht, nein. Es ging halt einfach darum, so schnell wie möglich und dass keiner es mitbekommt, da irgendwas zu verabschieden. Es gibt teilweise eben, wird der Wort laut der EU-Richtlinie wird eben einfach übernommen. Es gibt aber dann doch Besonderheiten. Und wenn du erlaubst. Unbedingt, aber darf ich vorher noch kurz eine Frage stellen, weil es ist sehr interessant, im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz auch, aber nicht in vergleichbarer Dimension wie in Österreich und in Deutschland, gab es durchaus auch eine Diskussion im öffentlichen Raum über vor allem, dass die Wahl ist nicht nutzerfreundlich, es sei gegen Meinungsfreiheit, also es würde die Meinungsfreiheit beschneiden, der Konsument müsste zweimal zahlen oder dreimal zahlen. Also diese Schlagwörter, die wir alle kennen, die man in einem etwas fundierteren Gespräch auch sehr gut ad absurdum führen kann, oder vieles davon zumindest, das wurde sehr, also diese polarisierenden Gespräche fanden statt, jetzt nicht über Jahre, aber doch über eine gewisse Zeit, in gewissen Zirkeln, auch im öffentlichen, rechtlichen, wenig, sehr wenig, aber doch. Hat das in Spanien überhaupt stattgefunden? Hatten die Kollegen in Spanien die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse ihnen offiziell kundzugeben, sodass auch die Bevölkerung weiß, Moment, das sind ja unsere Musiker, unsere Literaten, unsere Filmschaffenden, unsere fotografischen Künstler, bildenden Künstler und so weiter. Gab es das? Nein, es gab es eben nicht. Es gab vor der anderen Umsetzung, das war vor sechs Jahren, da wurde dann noch darüber diskutiert oder so, aber dieses Gesetz, dies kam einfach so überraschend, es gibt jetzt große, große Beschwerden und sagen, ja, das gibt es nicht, Lei Isetta, Isetta, das ist der Kulturminister und das ist jetzt eine Zensur von, mit Ablauf, kann man ja danach nochmal besprechen, Ja, also gehen wir mal ins Detail, ja. Es geht jetzt wirklich alles, es wurden alle überrascht, diese Dampfdrucktopf-Legislatur. Aber die Filmschaffenden, gerade die Verbände, nicht nur die Filmschaffenden, die ganzen Kreativverbände wussten ja, dass es eine Implementierungszeit gibt, man hatte über zwei Jahre Zeit, also das heißt, für die war das ja nicht neu. Nein, sollte nicht neu sein, aber richtige Stellungnahmen, zum Beispiel von der spanischen Bildkunst oder auch jetzt nochmal um die Klärung der Position von einfachen Laufbildherstellern und fotografischen Werken, da lief offiziell nichts. Also es war wirklich wie unter Schock, die haben nicht reagiert. Über Verbände werden wir noch später sprechen. Jetzt bin ich mal neugierig über das. Wer bestimmt reagiert hat und die auch da immer ganz aktiv sind, das ist die ASG, das ist die für die ausübenden Künstler, für Schauspieler und Schauspielerinnen und die sind bei allem immer dabei und geben auch immer ihre Unterstützung. Also die sind außergewöhnlich. Auf alle Fälle ASG, ARICHE und AIE und CEDRO und die anderen, sage ich jetzt mal so. Die Berufsverbände? Nein, das sind die Verwertungsgesellschaften. Ich kenne die Kürzel leider nicht, daher frage ich nach. Bei deinem Podcast wird immer mit Kürzeln aus österreichischem und deutschem Recht gesprochen. Also ja, deswegen ist es okay. Ich werde versuchen, das jetzt dann auszuführen, welche Kürzel sind. Also da möchte ich jetzt einfach mal nur lauschen, bitte. Ich höre dir zu. Also das Besondere ist natürlich das eine, das ist jetzt der Presseverleger hat jetzt das Recht und das hat er schon vorher gehabt, für die Rechte für die Online-Nutzung ihrer Presseveröffentlichung durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft. Das gab es auch vorher und das hat aber geführt, dass zum Beispiel die Google News haben für Spanien, wurden abgeschaltet. Ich weiß nicht, ob ihr das… Das haben wir mitbekommen, ja. Und das war deshalb, weil das war ein unverzichtlicher Anspruch, der sollte durch die Verwertungsgesellschaften von insbesondere CEDRO durchgeführt werden und das hat in der Praxis nicht geklappt. Also es hat nicht geklappt. Das heißt, jetzt gibt es eine… Weil Google nicht zahlen wollte, oder? Lag es daran? Ja, aber Google wollte nicht zahlen, aber auch CEDRO hat es auch nicht gegen… Also die hat es nicht geschafft, das gegen andere… Es ist ja nicht nur Google durchzusetzen. Das hat irgendwie… Verwaltungsrechtlich hat es nicht geklappt. Also es war… Ja, ich weiß zwar nicht, warum. Das Gesetz war da. Es war ein unverzichtbarer Anspruch, der durch die Verwertungsgesellschaften hätten genutzt werden sollen. Geld gemacht werden sollen. Geld gemacht werden sollen und es hat halt irgendwie nicht geklappt. Und dieser Kanon, der hieß auch damals sogar AEDE, das ist die Assoziation de Editores de Diarios Españoles, die haben das Geld nicht bekommen von CEDRO. Also die neue Situation ist, ist, dass das jetzt nur für Publikationen sind, die nach dem 6. Juni 2019 veröffentlicht werden. Es ist kein unverzichtbarer Anspruch gegenüber… Oder der durch die Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden muss, sondern es kann jetzt eben auch der einzelne Presseverlag das in Anspruch nehmen. Man kann auch darauf verzichten, dass es wie die Richtlinie es vorsieht. Das war vorher nicht gemacht. Das war, wie gesagt, ein unverzichtbarer Anspruch. Das hat natürlich auch, wie die Richtlinie übernimmt, es gibt natürlich Einschränkungen. Es gibt kein Geld für private und nicht kommerzielle Nutzung von diesen Presse-Publikationen. Es gibt auch nicht für die Hyperentlasse-Handlungen und auch nicht der Gebrauch einzelner Wörter. Und es gibt diese Erlaubnis, dass sie das benutzen dürfen. Es wird auch an bestimmte Bedingungen geknüpft. Das heißt, der Respekt der Unabhängigkeit des Verlages, die Informationspflicht des Anbieters über die Nutzung. Also der sollte da Informationen geben. Wobei das Recht, das Informations- oder Transpensationsrecht, ist nicht ausgeführt. Das steht da nur einfach so drin. Das heißt, da hat sich auch niemand wirklich was überlegt. Da hat sich niemand was überlegt. Und ja, die Zuständigkeit bei Streitigkeiten, das ist die Kommission für Urheberrecht, die funktioniert aber auch nicht so richtig in Spanien. Du baust gerade ein Bild auf, das gewissen Vorurteilen entspricht. Ein Land, ein mediterranes Land, kann gut feiern und man hört die Gitarren im Hintergrund und hat ein gutes Essen, einen guten Wein. Und alles andere ist ein bisschen so, naja, das geht schon irgendwie. Oder wenn es dann nicht irgendwie geht, dann, aber das ist ja nicht so. Nein, das ist eben nicht so. Aber wenn es, Entschuldige, dass ich da so oft unterbreche, wenn es ein Gesetz gibt, dann, und es ist nicht durchführbar, nur ich bin ja keine Juristin, dann müsste man doch gegen den, der es verhindert durchzuführen, prozessieren. So wie ich das jetzt verstanden habe, hat man es versucht durchzusetzen, es ist nicht gelungen, naja, dann kriegen wir es halt nicht. Ja, mehr oder weniger ist das so. Und das geht, obwohl es ein Gesetz dazu gibt? Frag mich nicht. Also ich weiß nicht, ich weiß, also Cedro habe ich nicht so viel, beziehungsweise sind die, die das hätten, das ist für, die das hätten eintreiben sollen. Also von, ich weiß nur von ASG, die hat aber damit nichts zu tun. Die haben, was sich prozessiert und prozessieren in mehreren Instanzen, von Cedro ist da nichts bekannt. Ich hätte mich natürlich auch kundmachen können, um ehrlich zu sein, aber habe ich nicht. Das ist nur einfach, das war Vox Populi, das da, das hat einfach nicht geklappt. Das hat weder bei Google geklappt, die haben einfach abgeschaltet und Google News haben jetzt gesagt, sie kommen jetzt auch zurück, weil wenn die das ja jetzt einzeln verhandeln können, werden sie wahrscheinlich ihre Konditionen auch durchsetzen und es ist, ja, und dann ist... Aber es ist doch eigentlich traurig, dass das mit dem Einzelnen jetzt verhandelt wird, weil in der solidarischen, europäischen Gruppe hat man natürlich eine bessere Verhandlungsposition, aber okay, die ist jetzt mal eingeschlafen, diese Gruppe. Da gibt es natürlich die bösen Zungen und Stimmen, die meinen, das sei ja auch deswegen mit Dampfdrucktopf gemacht worden, damit halt einfach das freundlicher für große Unternehmen ist und wir werden nachher noch sehen, dass es momentan Spanien da eine ganz große Wende genommen hat, dass letztendlich, es geht nicht mehr um wirklich Urheberrechtsschutz, sondern es geht auch nicht, es geht einfach nur noch um Ausgleichung von verschiedenen Werten und inzwischen nicht mal das, sondern es geht einfach klar, Verwerter werden bevorzugt. Das ist so, was du am Anfang gesagt hast, dass Spanien ja so ein urheberfreundliches Land ist und das war ja auch 87 wirklich wahnsinnig toll und das ist aber jetzt so im Laufe der Zeit, zerläuft das irgendwie so, ja. Also dann bin ich spannend zu hören, was du jetzt berichtest. Ja, also da sollte ich auch noch sagen, dass die von diesem Presse-Recht oder Verlags-Recht, da sollen die Urheber auch einen angemassenen Anteil bekommen, wobei wiederum das Gesetz sagt auch nicht an wen, es sagt entweder kann er sich an den Verlag wenden oder an seine Verwertungsgesellschaft, aber wie gesagt, es ist nichts, es steht einfach so da, es gibt vielleicht kaum noch Ausführungsgesetze dazu, man weiß es nicht. Dann haben wir, ja, dann kommt das, die Umsetzung des Artikels 17, das ist natürlich heiß diskutiert, Österreich, Deutschland und Spanien konnte gar nicht richtig diskutieren. Was wir haben, das sind die Online-Plattformen, die sind verantwortlich für die Nutzungshandlung. Also es geht hier um die Filter. Um die Filter, ja. Entschuldigung, okay. Da, es geht um die Filter, das heißt, es wird kein neues Verwertungsrecht eingeführt, sondern es ist nur eine Nutzungsart, eine neue Nutzungsart, die zwischen dem, der öffentlichen Wiedergabe oder der öffentlichen zur Verfügungstellung steht. Das ist, glaube ich, auch so im österreichischen Recht. Es sind jetzt nicht mehr die Nutzer, sondern die Dienstanbieter wie Facebook, Instagram und Twitter, die eben dafür zuständig sind, die Erlaubnis einzuholen. Und die eben auch die Verwertungsakte einschließen sollen in dieser Lizenz, die der User macht. Und da ist jetzt das Besondere, also die spanische Spezialität, da haben sie jetzt einfach reingeschrieben, diese Erlaubnis oder auch für den User einzuholen, die braucht man nicht, wenn der Nutzer einen kommerziellen Charakter seiner Nutzung vornimmt oder die Aktivität ein signifikatives Einkommen bedeutet. Das musst du mir jetzt erklären. Ja, das ist hier, das versteht kein Mensch. Ah, da bin ich beruhigt, dass ich gerne die Gruppe der Kurs also wie gesagt, die sagen, ja, okay, die brauchen die Erlaubnis, die Plattformen brauchen die Erlaubnis, um, was weiß ich, für diese Verwertungshandlungen, die müssen sie an diejenigen, an diejenigen, die brauchen die Erlaubnis von denen, die das hochladen, ja, aber die brauchen die Erlaubnis und müssen in dieser Lizenz müssen sie auch das einschließen, was der Nutzer da macht, der tauscht sich aus oder sowas, das müssen sie vorsehen, dafür brauchen sie Erlaubnis, aber wenn die, die brauchen sie diese Erlaubnis für den Nutzer, nicht wenn Siempre gedichtes Usuarios no actuen con caractere comercial o su actividad no genere ingressos significativos. Ah, ist da klar. Hm? Ich habe kein Wort verstanden. Ja, nee, das heißt einfach, die brauchen diese Lizenz, muss das nicht einschließen für den Nutzer, also das, der braucht ja nicht nur die Nutzer, auch für die Akte von dem Nutzer, dass er es hochlädt, dass er es austauscht, dafür muss er sich auch drum sorgen, der Plattformbetreiber, aber eben nicht, wenn der Nutzer das für Aktivitäten, für kommerziellen Charakter hat oder die ein signatives Einkommen bringen. So, das ist jetzt an sich, denkt man an die Influencer, ne? Ja. Ja, aber das steht jetzt einfach mal so da und es weiß kein Mensch, was das bedeutet. Jetzt tut mir leid, also schau mich nicht so an, als wäre ich, als hätte ich keine Ahnung, aber es ist einfach so, es kann kein Mensch, weiß nicht, es ist was ganz klar ist, also die brauchen, die müssen Erlaubnis einholen, aber für die Erlaubnis, das ist ganz klar, die ist nicht vergütungspflichtig, ja, und dann steht das jetzt so in der Schwebe, anscheinend die Influencer scheinen davon auch irgendwie, sind die davon jetzt ausgenommen oder nicht? Wie gesagt, man weiß ja nicht, es gibt ja keine Dokumente, was jetzt der Gesetzgeber damit vorhatte, es gab ja kein demokratisches Gesetzgebungsverfahren, dass man entweder in den Kameradiputados oder dann vorm Senat, dass man da wirklich halt einfach lange diskutieren konnte. Also wie gesagt, das steht da so drin. Ich habe auch verzweifelt auch nochmal bekannte Rechtsanwälte gefragt und die meinen von wegen, ja, Christina, ja, da können wir nur sehen, wie sich das entwickelt. Und wie sieht das jetzt zum Beispiel ganz konkret für kreative Werke wie Musikstücke, Bücher, Filme, gibt es da vielleicht etwas bessere Nachrichten? Da gibt es an sich nicht so viele bessere Nachrichten, sondern es gibt da keinen Vergütungsanspruch für die Urheber. Also dieses Ganze, was man dann diskutiert in Deutschland mit 15 Sekunden oder 20 Sekunden und dann sollte eben dafür eine Vergütung geben, das gibt es nicht im spanischen Gesetz. Also sie brauchen, müssen zwar Erlaubnis einholen, aber es gibt keine Vergütung. Na super. Ja. Und das ist auch sehr, sehr traurig und es wurde jetzt auch, selbst in der Presse, oder wurde das nicht so, es wird gar nicht so diskutiert, das wird irgendwie hingenommen. Das ist, ich finde es erstaunlich und sehr traurig. Und was wogegen aber angegangen wird, das ist eben, dass die Betreiber, die Plattformen, und da geht es jetzt wirklich, das finde ich also ganz schlimm, denn die Richtlinie sagt ja nur, dass die können unterbrechen, wenn es, wie sagt die Richtlinie, wenn es ein spezielles Risiko von wirtschaftlichen Schaden gibt, dann können die Plattformen und den Betreiber dann einfach nur den Dienst unterbrechen. Die Spanier haben das aber jetzt so artikuliert, das sagt, dass die bei Online-Streaming einfach kappen können auf Antrag. Und bisher war in Spanien das notwendig, dass man erst mal abmahnen sollte, wurde zweimal abgemahnt, es geht halt jetzt nicht für Online oder für, 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 ja. Für Vio.de war das natürlich nicht so. Ja, und das musste erst mal zweimal abgemahnt werden und dann musste es zum, zur Audienz der National gehen und die mussten dann sagen, okay, das wird gekappt. Ja, es ging nicht um, es geht jetzt hier hauptsächlich um Fußball, Liga und Next Facts. Also die können jetzt ohne juristische Garantie oder sonst was, können die beantragen, okay, der wird abgeschaltet. Das Gesetz sieht jetzt dann vor, dass er eine Schadensersatzmöglichkeit hat, aber das ist halt einfach, das ist, ja, das ist Wahn, also das ist gegen Meinungsfreiheit, das ist gegen alles, ne, die können einfach abschalten. Brauchen nur einen Antrag und können abschalten. Also das heißt, all die Kämpfe von den Gruppierungen rund um den, den Nutzerorganisationen, rund um die Kreativverbände waren oder sind nutzlos, weil über die wirtschaftliche Ebene von Großkonzernen, vor allem da ist hier der Druck wirklich groß, kann Meinungsfreiheit beschnitten werden bis zu 100 Prozent, wenn du sagst, man kann es abschalten. Ja. Wird die Sichtbarmachung der Vielfalt rein nach kommerziellen Mitteln betrachtet und auch tatsächlich angewendet? Das heißt, ein großer Prozentsatz an vielleicht Interessantem, künstlerisch Hochwertigem oder einer anderen Meinung kann abgeschaltet werden. Das ist ja eine Wirtschaftsdiktatur. Das ist ja eine... Also eine Diktatur für eine Gesellschaft im Zusammenleben. Ich kann jetzt sagen, Wirtschaftsdiktatur ist eine Diktatur, wo meine Meinungsfreiheit von vornherein schon einmal garantiert beschnitten ist. Ja klar. Und ich meine, andererseits muss man auch sagen, das Gesetz sieht halt vor, auch wirklich strafrechtliche Verantwortung von den Plattformen, falls sie das wirklich nicht machen sollten. Das heißt, die werden natürlich Uploadfilter einführen, was ja auch die Richtlinie ja auch in gewissem Maße erlaubte. Also das wird da einfach dahin führen. Das heißt, es ist eine ganz gravierende Einschränkung der künstlerischen Freiheit und der Meinungsfreiheit, was jetzt da in dem Gesetz so steht. Wie gesagt, es gibt ja keinen... Man weiß halt nicht, was er damit wollte, aber ich meine, es ist ziemlich klar, was man damit wollte. Man wollte also wirklich die Wirtschaft, die wirtschaftlichen Unternehmen einfach schützen. Und dann ist es egal, ob was der Kreative macht. Aber ein Schritt nochmal zurück. Wie gesagt, ich bin keine Juristin. Wenn in der europäischen Richtlinie zum Urheberrecht drinnen steht, dass es einen fairen, angemessen leider steht nicht drinnen, aber einen fairen Vergütung bedarf, dann kann man doch nicht einfach gegen dieses europäische Recht agieren. Und das klingt doch so, da habe ich es falsch verstanden. Es geht ja nur nicht die Vergütung, ich meine auch in Österreich oder wie ist das jetzt gewesen? Ich meine, die brauchen ja nur ein Erlaubnis, aber diese Vergütung für YouTube und das wird ja auch nicht vergütet in Österreich, oder? Wir verhandeln. Ah, ihr verhandelt noch? Also wir, die Kreative. Die Verbände. Aber die Politik wird das jetzt in Angriff nehmen, ja? Ah, das ist natürlich was anderes. Ich hoffe, höre ich laut durch. Also ich hoffe, dass das sich in Spanien auch durchsetzt, dass die Leute jetzt wirklich sehen, das geht so nicht. Aber es ist halt erst seit November und da ist jetzt noch immer noch die Pandemie und wie auch immer. Also die sind noch nicht so richtig aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht. Gab es oder gibt es vielleicht noch immer oder überhaupt nicht ein Urhebervertragsrecht? Doch, sicher. Das gibt es in das Urhebervertragsrecht, das, wo ich ja schon gesagt habe, was sehr, sehr stark war. Es gibt so eine Art Bestsellerparagraf, der aber… War, aber gibt es das nicht mehr? Den Bestsellerparagraf, den gibt es immer noch. Der wurde jetzt aber auch nicht verbessert, sondern der Bestsellerparagraf sagt, also wenn da eine Desproportionalität ist zwischen dem, was ich bekommen habe für meine kreative Arbeit und dann an den Erlösen, dann ist das innerhalb von zehn Jahren, habe ich ein Recht drauf, eine Revision des Vertrages zu verlangen und diese Revision, wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich zum Richter und der setzt einfach fest. Genau, das ist mal klar, aber gibt es das jetzt, was wir uns in Österreich zum Beispiel auch so gewünscht haben, ein Vertragsrecht, um gegenüber vor allem großen Verwertern, großen Produzenten ein bisschen geschützter zu sein, gibt es das nicht mehr? Generell jetzt für die Kreativlandschaft? Generell, es gibt diese Informations- oder Transparenzpflicht, die ja auch in der Richtlinie festgesetzt ist oder… Und da habe ich, wenn man das sich aber durchliest, gibt das, weiß man nicht so recht, wer kann wirklich Informationen gegen wen haben, gegen jetzt nur den Erstproduzenten oder den Subvertretern, das steht nicht so klar, das können auch Interessensverbände machen oder es kann auch die Verwertungsgesellschaft machen, es ist überhaupt nicht klar. Es ist ein Chaos. Es ist ein vollkommenes Chaos und das hat sich, glaube ich, niemand so gedacht, dass das so weit kommen kann, denn wie gesagt, das Gesetz war bisher auch noch die elf Richtlinien, die da eingefügt wurden, das hat gepasst, das passt und jetzt passt gar nichts. Und da überall, wo man hätte ansetzen können, dieser Bestsellerparagraf, dass man wirklich sagt, oh die zehn Jahre, warum muss man das auf zehn Jahre beschränken? Das kann ja auch längere Zeit sein. Und warum muss es dann der Richter festsetzen? Wie kriege ich denn, wenn ich keinen Informationsanspruch habe, speziell dafür, dass ich die Information bekomme, wie kann ich denn dann beweisen, dass da eine große Desproportionalität ist? Aber es gibt ja eine Auskunftspflicht in dieser Richtlinie. Die gibt es auch, ja, aber die hätte man ja auch da nochmal richtig reinfügen oder verbessern können, weil das war nun mal, das gab es ja schon, man hätte das einfach, ja, verbessern können. Denn man sieht in Deutschland, das ist eine Rechtsunsicherheit. Deutschland hat ja sehr, hatte viele Rechtsklagen laufen, die ja auch dann zum größten Teil, ja, meistens für die Kreativen, was ich, die kriegen den Informationsanspruch, aber das sind halt jahrelange Verfahren. Man hätte das jetzt wirklich, man hätte da mal auch rechtsvergleichend schauen können, was haben die anderen Länder und wie haben die es gemacht und wie können wir das verbessern? Und das ist, glaube ich, eine spanische Spezialität, dass man nicht gerne Rechtsvergleichungen macht. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so ein singuläres Problem. Aber das heißt, es ist ein Chaos, keiner kennt sich wirklich aus, auch die Juristen, denen stehen die Haare zu bergen, sagen, was ist jetzt wo, wie, wann. Was tut sich im Kreativsektor? Was machen die Berufsverbände? Steht man wie ein erschlagenes Kaninchen vor der Schlange oder gibt es schon Energie, um zu sagen, Moment, da müssen wir jetzt in Medias Res gehen? Also doch, da gibt es, es gibt, es gibt halt jetzt gerade die Verbände. Warte einen Moment, geschätzte Zuhörer und Zuhörerinnen, was Sie so rascheln hören, ist, Christina und ich sind umgeben von unglaublich tollen Büchern und Notizzetteln, weil das Urheberrecht ist ja so eine lächerliche Kleinigkeit, das hat man ja in fünf Minuten erklärt, da muss man schon einmal nachschauen und vor allem, Christina verhandelt das ja in drei bis vier Sprachen, also wir müssen ab und zu mal irgendwo hinein, ich auch, irgendwo blättern, also wenn es raschelt im Blätterwald bei uns im Radio, dann wissen Sie warum. Bitte? Ja, okay. Also ich habe jetzt fertig geraschelt, ich habe jetzt auch gefunden, gerade in Spanien, dass die haben sich jetzt wirklich gruppiert und das eine ist die Allianza Audiovisual, das ist die APPA, das ist die Assoziation des Professionals das ist die Produktion, das sind die Produzenten, dann haben wir die APSA, die Artistas y Professionals del Sonido Audiovisual, dann haben wir die AMAE, die Assoziation de Montadores, das sind die Editors und die Kameraleute, die haben sich wirklich zusammengesetzt und machen auch konkrete Vorschläge zum Urheberrecht, wobei da auch noch in diesen, das sind verschiedene Initiativen, da kommen auch noch die Direktors der S10er, sind auch noch da mit, Bühne-Büttner, ja, und die Autors der Illumination, also da, die haben sich wirklich zusammengesetzt, die haben jetzt Gesetzesvorschläge, machen konkrete Gesetzesvorschläge, die sich momentan aber auch auf das Miturheberrecht beziehen, aber eben auch wirklich einen kompletten Gegenvorschlag machen, dass man, dass das so halt nicht gehen kann und das muss verändert werden und gerade für die Direktion, was ich von der, von Cinematografie, das ist eine sehr kompetente Frau, das ist die rechte Hand von Isetta und die ist auch relativ offen dafür und die haben auch gesehen, dass bei dieses Gesetz viele Sachen gar nicht, sie wurden nicht richtig informiert oder haben sich dafür nicht so informieren lassen, sondern wurden, oder wurden eben nur von der Wirtschaftslobby informiert und die hat das, wie ist die heißt, Beatrice, ich weiß nicht, habe ich jetzt den Namen, Nachnamen vergessen, ich hatte mit ihr auch ein persönliches Gespräch und die, da wird auch zugegeben, okay, wir haben da, wir haben da Sachen übersehen und das liegt da an, dass halt einfach in dieser Gesetzgebung mit Realdekretung gibt es halt keine Möglichkeit und ja. Aber die sind jetzt aktiv und die haben jetzt Vorschläge erarbeitet und werden die jetzt wem geben, wenn man das Gesetz, ist ja ein Gesetz. Mit dem Ministerium für Kultur und Sport, das ist also die, die auch dieses, die haben jetzt das Antiprojekt für das Kino gemacht und die werden das aber weiterleiten, also die sind sehr, sie ist sehr engagiert, diese rechte Hand, Beatrice, jetzt tut mir fürchterlich leid, dass ich nicht ihren Nachnamen mehr mich erinnere. Beatrice, die Wunderbare, nennen wir sie die Wunderbare, die jetzt auch wirklich so plötzlich so sieht, oh, da haben wir was wirklich übersehen, weil die haben sich hauptsächlich wirklich um die wirtschaftlichen Investitionen gekümmert. Was ja auch nicht unwichtig ist, also ich möchte nicht, dass diese Medaille, die auf der einen Seite kreativlastig, auf der anderen wirtschaftslastig ist, immer gegeneinander ausgespielt wird. Es ist nun mal eine Medaille, das eine bedingt das andere, wir brauchen einander und die Politik sollte hier ausgleichend und nicht zugunsten einer Gruppierung alleine entscheiden, was dann eher am Papier ein bisschen anders dargestellt wird, aber oft inhaltlich so ist, wie du sagst. Bleiben wir jetzt mal ein bisschen bei den Verbänden. Ich glaube, wir haben einander kennengelernt über dieses große Netzwerk der Kameraleute Imago, das ist ein weltumspannendes Netzwerk, die gemeinsam mit der Fera, der Verband der Filmregisseure und Regisseurinnen, eine sehr, sehr starke Vertretung haben in Brüssel, aber natürlich in der Summe nicht so auftreten können, wie ein großer Konzern, der in 25 Ländern Europas tätig ist oder 20 Ländern Europas tätig ist, diese Macht und diese Kraft alleine vor Ort zu lobbyieren, nennen wir es mal, bevor wir lobbyieren, sagen, einfach mal zu informieren, ja, die ist einfach so nicht gegeben. Trotzdem sind diese beiden Verbände damals schon wahnsinnig aktiv gewesen, da gibt es natürlich, ich möchte mich jetzt entschuldigen, falls ich nicht alle genannt habe, aber alle bereits damals aktiven Verbände denen sehr gedankt. Mittlerweile sind immer mehr dazugekommen und was mir auch aufgefallen ist in den letzten wenigen Jahren, dass es sich immer mehr nationale Berufsverbände sich zu einer Dachorganisation, einem europäischen Verband zusammenschließen. Wie siehst du das aus deiner spanischen Perspektive? Aus der spanischen Perspektive kann ich da nur wirklich dazu raten, ich finde es sehr, sehr wichtig und ich glaube, Imago fing ja als Europäer, also jetzt, dass dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum hat, fing ja als europäische Föderation an und ist jetzt international geworden und deswegen war jetzt, würde ich sagen, in den letzten zwei Jahren so ein bisschen Anpassungsstrukturprobleme, weil es muss natürlich in den Consejo, in das Board, da müssen, sind halt jetzt sehr viel mehr, die auch einen anderen Background haben, die für die Urheberrecht halt noch nicht so, die erst mal mit Sozialbedingungen und Working Conditions damit hauptsächlich fokussiert sind und so das Urheberrecht, das kommt denen erst jetzt so richtig in manchen Ländern. In manchen Ländern. Und es sind jetzt aber auch die Amerikaner, sind Imago auch beigetreten und das gibt auch so jetzt so gewisse Spannungen, die sagen halt Urheberrecht, okay, wenn es ihr wichtig, wenn es ihr für wichtig teilt, dann werden wir das auch unterstützen, aber die sehen das so, die sehen eher das technische Komitee als wichtiger an. Also für diese zwei, drei Nicht-Urheberrechtsexpertinnen in unserer Zuhörerschaft, in Amerika ist dieses angloamerikanische Copyright, das, was wir fälschlicherweise Urheberrecht nennen, aber das sind zwei Paar Schuhe in Wahrheit, denn hier im angloamerikanischen Raum wird nicht in erster Linie der Kreativproducer, also sprich Regisseur, Kameramann, Autorin, Kamerafrau, Verzeihung, geschützt, sondern der Produzent, also das wirtschaftliche Investment geschützt. Darüber kann man jetzt diskutieren, was besser ist oder was nicht besser ist. Gewachsen ist es in den angloamerikanischen Räumen so und so steht es dort und es gibt ein kontinentaleuropäisches Urheberrecht und das ist das, von dem wir beide heute aus der spanischen Perspektive ein bisschen näher plaudern, nur zur Klarstellung. Also Amerikaner sind auch beigetreten und denen ist logischerweise, den amerikanischen Kameranleuten, ist das Urheberrecht nicht von einer großen Bedeutung, weil es sie kaum betrifft. Ja, aber sie tragen es mit. Sie tragen es mit und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ein wahnsinniger Unterschied. Ja, und das, da ist Imago auch wirklich sehr zufrieden und es ist auch wichtig, also um dann wahrgenommen zu werden, auch die Amerikaner sind dabei. Aber jetzt auch nochmal auf das kontinentaleuropäische Urheberrecht zurückzukommen. Die Franzosen haben ja wirklich ein hervorragendes Urheberrecht und das auch, was sich breit ist für den Urheberrechtsschutz, aber zum Beispiel die Kameraleute. Kameraleute, das klingt immer so schlecht, also in Spanisch klingt das viel besser. Direktor ist der Fotografier. Aber die haben zum Beispiel auch kein besonderes Recht an Urheberrecht oder wollten da an sich nicht so als Miturheber anerkannt werden oder meinen, das ist ja auch nicht notwendig, weil sie halt sozial gut abgesichert sind und meinen, ja, also da muss ich jetzt doch jetzt nicht dem Regisseur sagen, ich bin jetzt auch Miturheber. Das, also selbst bei den Franzosen ist, das ist aber so da, glaube ich, der einzige im europäischen Raum, wo man, die halt einfach sagen, na, also Urheberrecht, ja, das wollen wir doch ein bisschen nicht so hoch halten, ne? Das nur so als Insider-Information. Ja, spannend. Also das heißt, da Imago ist aktiv gewesen und Fera ist auch immer extrem aktiv gewesen mit allen anderen, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Hier kann man natürlich auch innerhalb der eigenen Berufsverbandsorganisation sehr leicht einander informieren und voneinander lernen. Aber das scheint ja gerade mal nicht so die Priorität gewesen zu sein in Spanien. Es fängt jetzt erst richtig an. Also so würde ich das sagen. Sie haben jetzt einfach gesehen, so kann es nicht weitergehen und wir werden einfach, ganz wohlgär gesagt, wir werden untergebuttert und es gibt zum Beispiel für ausübende Künstler, da ist die ASG, diese Verwertungsgesellschaft, die ist wirklich wahnsinnig stark im Interesse für ihre Mitglieder. Die haben auch mit Netflix schon gleich, ich glaube schon, ich weiß nicht, ich habe die, ich weiß nicht wann, aber schon vor fünf Jahren, vier Jahren haben sie schon einen Vertrag ausgehandelt und das kriegen auch die Mitglieder. Also die sind wirklich richtig pro Urheber und Ausübende und Leistungsschutzrechtsinhaber. Und da muss man auch dazu sagen, die haben zum Beispiel in allen Instanzen geklagt, dass die Kameraleute oder Bildgestalter oder wie immer man das, oder Direktor ist die Fotografie, dass die Mitglied werden können. Und die haben selbst die Statuten geändert und wollten die, die ASG, das ist die Assoziation Española de Direktores, die Direktor aus der Fotografie, wollten sie aufnehmen. Und da haben aber, da gab es so eine Lobby von den ganzen anderen Verwertungsgesellschaften, die haben in drei Instanzen und auch verwertungsrechtlich, die haben, die sind gescheitert. Also da ist eine Verwertungsgesellschaft, die möchte sie aufnehmen und die dürfen es nicht. Die dürfen es nicht, das muss man jetzt nochmal als Hintergrund natürlich, sonst so klingt das jetzt, also Spanien ist dann wirklich so wie Bananenrepublik oder so, aber die dürfen es nicht, weil es wird interpretiert, dass das Urheberstammgesetz, Stammgesetz, dass da die, ein Numerus Klausus ist, wer Miturheber am audiovisuellen Werk ist. Da ist es also nur der Regisseur, der Autor und der Musik und der Kompositor. Und da kann kein, kann niemand anders Co-Autor sein, das stimmt aber nicht. In Spanien ist also der wunderbare Mensch hinter der Kamera kein Miturheber? Das behaupten die. Also ich habe wahnsinnig viele Expertisen gemacht. Es ist, das stimmt nicht so. Es ist, man kann das auch ganz anders. Vom Gesetz her stimmt es nicht so. Es ist, nach meiner Meinung ist es eben nur eine Aufführung, die sollten als Miturheber anerkannt werden, aber es lässt immer noch offen, dass andere benannt werden. Und ein Beispiel dafür ist eben, dass das das Kinogesetz, da steht ganz klar drin, dass die Kameraleute oder Direktörs die fotografieren, dass die in den Elenco, also in die Gruppe der Miturheber kommen, genannt werden und die sind da auch anerkannt. Und das hat jetzt in diesem neuen Gesetzesvorhaben zum neuen Filmurecht, Filmrecht, da sollen sie wieder runter degradiert werden und eben nicht mehr als Miturheber angesehen werden, sondern eben nur noch als Personal creativo de carácter técnico. Also als personell technisches, ja, das heißt gar keine Miturheber, gar keine Rechte mehr. Und da ist jetzt wirklich eine ganz starke, was ich lobby, gesagt, das geht nicht. Denn wenn man da jetzt auch ausholen kann, also weil die Spanier sagen, nee, das ist nur ein Gesetz, das ist nur das Gesetz zum Kino, das steht zum Zwecke dieses Gesetzes. Das heißt, das hat nichts damit mit der Interpretation vom Stammrecht zu tun. Aber zum Beispiel in Griechenland ist genau die gleiche Situation gewesen. Das heißt, die hatten einen ganz klaren Numerus Clausus in ihrem Stammurheberrecht und hatten dann ein Verwaltungsrecht, ein spezielles Recht für die, was ich, für die, was ich, Maßnahmen in dem Bereich von der Kultur, von Cinematografie. Und da waren die Kameraleute einfach als Urheber, Miturheber anerkannt. So, das war auch ein Spezialgesetz, genau das gleiche Situation wie in Spanien. Aber in Griechenland haben die es geschafft, dass die mit diesem, auf diesem Spezialgesetz, haben die daraufhin eine Verwertungsgesellschaft gegründet und haben gesagt, nee, wir sind da anerkannt und die haben das geschafft, eine Lobby mit, da sind zwar die Illuminationen, also die Beleuchter, die wollten nicht dabei sein, aber die anderen sind die Designer, Set-Designer, die Fotokameraleute, die Cutter oder Editor, die sind da alle drin und die haben eine eigene Verwaltungsgesellschaft gegründet und haben jetzt auch seit letzter Woche, haben die auch geschafft, dass die einen Reziprogen, was ich, Vertrag mit der Bildkunst haben. Also die haben es geschafft und die haben es auch so geschafft, dass dann jetzt dieses, was im Spezialgesetz war, ist das jetzt in das griechische Gesetz, in das Stammgesetz bekommen. Das heißt, die haben da auch, das ist zwar auch nicht so klar, aber die haben immerhin noch den Numerus Clausus im Artikel 9, aber in Artikel 34 heißt dann, da geht es an sich um die Vertragsübertragung, die Rechtsübertragung an den Produzenten, da steht also die Mitoerheber und da sind sie alle drin vom Film, die, man meint, ihre Rechte wurden an den Produzenten übertragen. Das heißt, die haben das geschafft, die sind im Stammrecht drin. Also wünschen wir den Kollegen in Spanien, dass ihnen das auch gelingen möge. Ja. Wie gut sind denn die spanischen Verbände vernetzt mit den europäischen Dachschwestern und Brüdern oder Müttern und Vätern? Da geht es, es fängt da auch erst an. Also insbesondere Imago, ich kann jetzt von Imago sprechen und weil Imago gleichzeitig auch wiederum AEC, das sind die Fotografen oder die Kameraleute, die sind ja wiederum, was ich natürlich in Imago Mitglieder. Und da ist jetzt eine neue Plattform oder neue Vereinigung oder Interessensverband gegründet worden und das ist Arsenico, das sind die European Federation of Costume and Production Designer. Tempo, das sind die Internationale Föderation of Film Editors, AFSEE, die European Film Sound Initiative und Imago. Und da, deren Projekt ist an sich die Miturheberschaft zu harmonisieren auf europäischem Niveau. Denn die Unterschiede sind gewaltig. Es gibt dann verschiedene Modelle. Entweder man sagt, okay, Nummer aus Klausus, nur die sind Miturheberrechte. Da gibt es Länder, die sagen, okay, in diesem Nummer aus Klausus ist der Kameramann, Frau eingeschlossen. Bei anderen, die haben Nummer aus Klausus, da ist er nicht. Dann gibt es die anderen. Das ist aber schon ein altes Problem. Das ist das Problem. Das kann ich mich erinnern, auch damals. Vor allem jene Länder, wie zum Beispiel in Österreich, wo wir eine hohe Akzeptanz haben von mehreren Urhebern an einem gemeinsamen Filmwerk, in Sorge sind, berechtigterweise, wenn wir harmonisieren in Europa, dass hier vielleicht gewisse Gewerke wieder rausfallen würden zugunsten anderer Länder, die sagen, nee, drei und aus, mehr gibt es nicht. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass in der Kreativlandschaft wir uns nicht auseinander dividieren lassen, sondern im Gegenteil zusammenhalten und auch immer wieder betonen, wie wichtig es ist, dass wir einen Austausch haben und zwar einen regelmäßigeren Austausch haben. Also gerade die Verbände, die Junggegründeten, von denen du mir erzählt hast, sind ja unglaublich aktiv. Also der Austausch ist wichtig. Wir sollten hier nicht in Konkurrenz treten, sondern solidarisch sein und dafür kämpfen, dass in jenen Ländern, wo vielleicht nur unter Anführungszeichen Autor, Autorin, Regie und Kamera oder Regie und Komposition als Urheber gelten, dass auch die anderen Gewerke mit eingezogen sind, wie eben Kamera, wo das nicht der Fall ist, das ganze Sounddesign, das Kostüm und Szenenbild. Also das sind künstlerische Leistungen, die natürlich eine Handschrift hinterlassen auf einem filmischen Werk. Und wenn wir dafür gemeinsam uns bemühen, dann werden wir vielleicht auch ein bisschen weniger Angst haben, etwas zu verlieren und vielleicht dafür etwas gewinnen. Da kann ich auch noch als Beispiel auch noch Holland nennen. Ja, das hast du mir mal kurz angedeutet. Erzähl doch mal. Also Holland, das hat, jetzt muss ich wieder hier blättern, das hat ein Stammurhebergesetz im Jahre 1912 und hat ganz klar, also da steht an sich, dass nur der Hauptregisseur als Miturheber anerkannt wird. Dann wurde diskutiert, aber an sich scheint von dem Gesetz, wenn man es liest, vom Wortlaut her, scheint das eine offene Klausel gewesen zu sein. Es hätten auch noch andere Miturheberschaft reklamieren können. Ist aber in der Praxis, hat nicht funktioniert. Das hat jetzt im Jahr 2020 und 2021 wurden die neuen EU-Rechtlinien in verschiedenen Gesetzen jetzt ins Stammurheberrecht eingefügt. Aber das Besondere, die haben jetzt ein, im März 2022, haben ein besonderes Gesetz der Urheberschaft verabschiedet, wo jetzt gerade, es werden jetzt nicht Kategorien genannt, sondern es wird nochmal ganz klar auf die Urheberrechte eingegangen oder gesagt, wer hat Urheberrechte, was hat er für Verwertungsrechte, was hat er für Persönlichkeitsrechte. Und da seit, seit 2099 ist eben, haben sich da… 2019? 2019, ja, Entschuldigung, ja. Sind eben jetzt dann eben auch, da haben sich eben die Verbände von den Beleuchtern, von den Set-Designern, von den Kameraleuten, die haben sich ganz stark gemacht und wurden jetzt auch von der Regierung als Interessensvertreter anerkannt und haben auch schon, sind in Verhandlungen getreten mit Netflix und mit Plattformen. Und sie nennen sich FAIR. Und die werden wohl im Laufe dieses Jahres dann auch als Verwertungsgesellschaft anerkannt. Das heißt, hier ist eine ganz starke Lobby, die haben es wirklich gut gemacht, die waren im ständigen Kontakt, sie wurden als Ansprechpartner anerkannt, durften ihre Vorschläge einbringen und sie haben jetzt ein eigenes Gesetz für Urheberrecht geschafft. Also man sollte den Mut nicht aufgeben, man muss sich eben einfach nur bewegen, informieren und zusammenhalten. Das ist doch ein wunderbares Orientierungsbeispiel. Ich kann mich auch erinnern, im skandinavischen Raum, es war glaube ich Norwegen, wo ich das das erste Mal wahrgenommen habe, dass man Lizenzvergeber, Gewerkschaft und Verwertungsgesellschaften in einer Institution ist. Das ist natürlich dann auch eine Marktmacht und eine ganz große Sicherheit für alle im Kreativsektor, ebenso auch für die Produzenten. Das ist eine ganz tolle Leistung. Und ich glaube auch, dass sich Berufsverbände, so wie du das jetzt aus Holland berichtet hast, dass das, bitte korrigiere mich, aber ich habe das Gefühl, dass da die Power, die Kraft von Gewerkschaften in den jeweiligen Ländern vielleicht nicht mehr so stark ist, wie sie mal war und daher die Berufsverbände selber in diese Aktivität gehen, um sich geschlossen gemeinsam zu verteidigen und gemeinsam Dinge zu fordern, die nun mal für ihren Berufsstand eine Relevanz haben. Wenn das eine Institution wie die Gewerkschaft nicht tut oder verstehe ich da was falsch? Doch, ich glaube, du verstehst es vollkommen richtig. Und gerade in Griechenland, da ist es einfach so, dass die Gewerkschaften haben an Bedeutung total verloren und hätten es nicht die Verbände gemacht, die sich zusammengesetzt haben und wirklich, die haben das, wir lachen teilweise, ja die Griechen, aber die haben sehr viel geschafft im Urheberbereich und sind starke Verbände und dass die diese Verwertungsgesellschaft gegründet haben und jetzt auch von Bildkunst anerkannt werden, also das ist alles, weil da wahnsinnig viel Power hinterher, hinten dran steckt oder wie heißt das? Vorne, 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 hinten dran oder wie auch immer. Also gefüllt ist mit Power. Jetzt war mal, es ist ein sehr, sehr spannender Podcast, sehr viel Information, wollen wir uns nochmal fokussieren und sagen, wir haben dich eineinhalb Tage zu Gast in Wien, was ist das, was du uns hier lassen möchtest, dann Information oder eine Motivation, wo wir vielleicht von euch lernen könnten oder wo du unsere Hilfe brauchen könntest? Was sind so die Punkte, wo du sagst, das möchte ich jetzt einfach nochmal erzählen? Was ich jetzt nochmal erzählen möchte, ist ganz einfach zu sehen, als reiner Neid zu sehen, wie die Verbände hier wirklich gut argumentieren, dass die auch ihre Vorstellungen auch den Mitgliedern vermitteln, dass sie auch das Input bekommen von den Mitgliedern und dass sie das einfach weiterleiten. Und dass hier auch gerade die VDFS, dass die eine wahnsinnige Unterstützung von den Kreativen und von den Kreativverbänden, dass die das, die haben auch jetzt zum Beispiel den Spaniern sehr geholfen bei dieser Kamera, bei diesem Gesetz oder anderen Projekten von dem Filmrecht, dass es einfach auch mehr Informationen gibt, dass einerseits auch die Österreicher mehr wissen, okay, der Schutz von den Künstlern, von den Darstellern oder Schauspielern, der funktioniert, weil es da auch eine gute Verbetungsgesellschaft gibt und dass man das auch als, ja, als, vielleicht auch einfach mal sagen sollte, auf höherer Instanz, dass es so nicht geht, dass man ein spanisches Gesetz einfach machen kann, ohne die Kreativen wirklich anzuhören. Dass man da einfach vielleicht, ich weiß nicht, wie man das, was ich fokussieren könnte, dass es da einfach auch eine Art Beschwerde gibt. Also man kann nicht einfach ein Gesetz so machen und das, wenn man zwar wortgetreu das über einfach die Richtlinie abschreibt, aber eben nicht das Unterfutter hat oder das Untersystem. Also man kann ja sagen, okay, ihr habt einen Anspruch auf Transparenz, aber dann wird das einfach nicht, das steht dann halt einfach im Gesetz und dann ist es dann nichts wert. Also ich möchte festhalten, hier kommt ein Lob aus Spanien an die heimische Landschaft. Das war jetzt etwas konfus. Ja, wie wir zusammenarbeiten, wie wir informieren und ein ganz spezielles Lob an die Verwertungsgesellschaft und die VDFS, die du am besten kennst, aber du kennst auch alle anderen, ob das die VAM ist, ob das die GEMA ist, die AKM ist, die LSG, du kennst alle, ihr habt das mit allen zu tun gehabt, wie wichtig das ist, dass wir eben unsere Mitglieder informieren und auch von den Mitgliedern die Impulse aufnehmen. Das lassen wir jetzt einmal auf der Zunge zergehen. Wir werden dafür gelobt. Ich höre aber auch eine Motivation heraus. Wir sollten wissen, was wir haben, auch teilen. Wir sollten dort ein Backing geben, wo es vielleicht gerade fehlt. Man kann ja auch mal eine Phase haben, wo es einem nicht so gut geht und in Spanien scheint das gerade der Fall zu sein. Also es würde nicht schaden, wenn wir sagen, wir stehen hinter euch, wir haben ja immerhin auch ein bisschen eine Erfahrung im Prozessieren in Österreich, würde ich mal sagen, und wir haben gewonnen. Jahrelang ausgesessen, aber wir haben gewonnen. Das sind so die Positivbeispiele, die man auch durchaus nicht nur feiern darf, sondern auch weitergeben und erklären darf. Das ist doch eigentlich so das, was ich da so herausgehört habe. Ja, vollkommen kann ich nur unterstreichen. Christina, ich danke dir sehr für deine Zeit und wenn es Fragen gibt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen ja, Sie kennen ja unsere Mailadresse. Wenn wir sie nicht beantworten können, Sie haben gehört, mit Christina haben wir eine wunderbare Expertin. An der Hand kann ich jetzt nichts sagen, aber in unserem E-Mail-Verteiler, wir würden gerne auch Ihre Fragen beantworten. In diesem Sinne, Christina, tausend Dank. Danke schön. Danke euch. Danke. 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 Danke an going.